In diesem Video möchte ich euch einen Glitch zeigen wie ihr ganz easy Tarnungen freischalten könnt und dort spawnen auch unendlich Zombies Leute und zwar braucht ihr hierfür diesen Sporenauftrag in Zone 3 und wenn ihr diesen aktiviert kommen die Sporen an diesen Ort und hier gibt es einen Spot wo die Zombies sich vor euch versammeln jedoch euch nicht angreifen können ich mache das dann immer so dass ich erstmal 5 Sporen erledige und einen überlasse und bei der letzten Spore werfe ich einmal diesen Hämmer da hier drauf damit ich die Zombies trigger ich weiß nicht ob das notwendig ist aber ich mache das immer so danach geht ihr hier zum Kran und legt euch hin und schaut in diese Richtung falls ihr in die andere Richtung schaut und euch umdreht dann werden die Zombies so ein bisschen wirsch sein die werden euch nicht mehr hinterher laufen und sich nicht mehr versammeln also Leute schaut am besten hier in diese Richtung und die ganzen Zombies werden sich vor euch versammeln dieser Glitch ist halt wie gesagt sehr gut um Tarnungen freizuschalten könnt ihr ganz easy machen und hier könnt ihr sogar versuchen die Visitenkarte freizuschalten bei der ihr 250 Zombie-Kills machen müsst ohne einmal getroffen zu werden und solange ihr die letzte Spore nicht zerstört dann werden die Zombies auch durchgehend spawnen es kann natürlich mal sein dass die Zombies kurzzeitig nicht zu euch kommen aber das liegt dann daran dass andere Spieler hier in der Nähe sind in diesem Bereich und die Zombies dann den Spielern hinterher rennen aber wenn ihr alleine hier seid dann seht ihr die Zombies kommen immer wieder zu euch das war es dann mit dem Video ich hoffe euch hat das Video gefallen falls ja lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare und falls du in Zukunft nichts mehr verpassen willst kannst du jetzt ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video Ciao Ciao